Und da auch sehr Liebe, äh, sehr viel Liebe zum Detail hier, gehen die Zeiger mit, wie schnell man fährt. Irgendwo gab's doch hier Optionen. Wo man hier die Optionen findet, weiß ich nicht. Ach, ein Kollege. Ja, na. Gut, Tag. So, dann geb ich jetzt mal mehr Gas. Oh, drei. Das wird doch unser Druck aushalten im Kessel. Das steht denn auf dem Schild. Das geht durch P, Pause. 160, aha, das bedeutet, darf ich jetzt 160 fahren, oder? So, jetzt muss ich runterschalten, sonst fahr ich schneller. Ach, ich darf 160 schon fahren, das ist ja sehr gut. Jetzt geben wir mal Vollgas da, so, drauf. Ja, so ein, oh, der trug im Kessel, oh, oh, oh. So. Noch ein bisschen mehr Gas geben, bitte schön. Ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja 160 fahren, also das geht ja nicht. So, oh, muss ich hier halten? Wenn ja, wäre ich jetzt ein bisschen zu schnell. Nein, wie es aussieht, muss ich nicht halten. Hm. Ja, ich habe grün, ich muss nicht halten. Ich musste nicht halten. Ja. Oh, und der Zug kann nur 180. Na, das wollen wir mal sehen. Naja, doch nicht. So. Hä? Oh. Müssen wir da halten. Wie es aussieht, ja, schon. Oder ich war einfach zu schnell. Ja, so, das reicht jetzt auch, bitte schön, wieder. Vorwärts. Oh, wir stehen noch. Okay. So. Können wir jetzt wieder Gas geben? Ich glaube, ich sollte doch an jedem Bahnhof halten. Hm. Na, das ist noch ein ganzes Stück, wo wir hier fahren müssen. Komm, auf. Was ist los? Am Bahnstein, bitte einsteigen. Hm, hier ist jetzt hier Vorsitzender. Ja, wir fahren ja schon eigentlicherweise. Ja, wir fahren ja schon eigentlicherweise. Hm, egal. 140. Genau. Hab ich gute Augen. Hahaha. Oder ich benutze die Bildschirmruppe. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Das muss ihr mir sagen. Ob ich das weiß wieder nicht. Ja, auf. Ich fahre ein bisschen schneller. Da vorne ist aber ein Bahnsteig, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß ja nicht, ob ich meinen Bahnsteig halten muss. Ich denke ja mal schon, aber ich weiß es nicht. Hm. Naja, ich hätte mir doch eher das Dresden-Lunberg-Ding drauf machen sollen. Denn da ist in den ICEs auch ein bisschen mehr. Ja. Ja, wie sagt man? Ähm. Zeug drin. Nein, nicht nur Bremse. Halten. Ja. Schön gehalten. Perfekt eingeparkt. Welch Liebe zum Detail da tauchen. Auf und verschwinden. Und das ist die Türen sind auf. Und das dampft. Wir sind da, den Dampfflug. NachARD PA GR faut- GALP GALP Detail die Kessel an. BUMB impostand. GALP es heißt 1 k Termin. 5 2 bei äh unser Dampf unser Dampf oder das sind da kommt uns auch ein Kollege entgegen aber äh Entschuldigung dass wir schon zu früh losgefahren sind bei der 8 die Kollege Grün aber jetzt muss ich wieder bremsen warum so so sonst ist das Haus die Ecke anrunden und dass sie drinnen nie das muss ich ja gar nicht mehr es war ein solches ja toll wird es immer so schnell wechseln das verarschen nach gutem und die Liebe zum Teil Zeit, wieviel Farben, Frohheit und... Ach ja, schon. Ach ja, guck mal, der Busch. Oder ist das Gras? Könnt beides sein. Und da spielt ja unser Dampf. Wir fahren rückwärts. Oder die Welt dreht sich rückwärts. Oder der Wind ist ziemlich stark. Da ist ein Kollege. Tipptidee, tipptidee, davon ist der Bahnhof. Tipptidee, 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 tipptidee. Wir haben doch schon fast die Hälfte geschafft. Halten. So, ein bisschen lösen wieder. Ein bisschen ziehen. Ein bisschen mehr ziehen. Ein bisschen lösen. Komm, fahr noch ein Stückchen. Fahr noch. So, das ist ein bisschen ziehen. Action Cam. So, und diesmal haben wir gut geparkt. Das nenne ich gut. Sehr gut da hinten so. Alles perfekt. Und der nette Mann ist weg. So, dann lösen wir wieder mal die Bremsen. Gehen vorwärts. Gehen ein bisschen Gas. Mit der Action Cam. Action Cam. Ja, ja. So, mal schauen. So schnell dürfen wir gar nicht. Also machen wir S. Äh, ja, das wollte ich nicht. Ich glaube, das ist X. Ja, mit X macht man 1 runter. Mit S macht man komplett aus. Ui. Sie hat gewechselt. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Oh, ist das cool. Das ist einfach nur cool. Wow. Cool, Alter, nein. Ja, jetzt bin ich wieder am Anderen Desktop gewesen. Wow. Diese Action. 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 Das ist schon cool. So, wo fahren wir denn hier rum? Oh. Das ist doch ein kleines Stückchen. Oder ist da schon Ende? Ich weiß es nicht. So. Aber ein Magnet würde ich noch gerne einmal fahren. Und dann war es das auch schon, denke ich mal, so mit diesem Netz. Ja, genau. Sag ich doch. Äh, da war gerade das Licht aus. Stromausfall kleiner. Kommt mal vor, so. Zwischendurch. Wir haben wieder grün da, die drüben haben. Rot. Geht's jetzt hier rüber oder da geradeaus? Geradeaus. Uiuiui. Bin ich gut. Stromleitung über der... über der Gleisen. Also wie ein Boxauto. So. Und da oben Strom kriegen. Und unten. Na gut, hier jetzt nicht. Aber normalerweise kriegt man unten Strom und oben Strom. Und dann kann man fahren. Und da ist ein LKW. Der fährt. Uiui. Oder steht der? Welch Liebe zum Detail. Ein LKW. Äh, zwei LKWs. Ich muss mich jetzt so rumdrehen. Der Arme. Der muss stehen. Das heißt, würde ich mich nicht als Lokführer fallen lassen. Die ganze Zeit stehen, wenn man rumfährt. Hier ist nirgends mein Stuhl. Bei Magnav gibt's wenigstens einen Stuhl. Aber na gut, der fährt auch. Um die 600, oder 500, besser gesagt. Okay, ein Bahnhof ist jetzt erstmal nicht in Sicht. Kann ich dann auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Nämlich, ich fahre genau 120. Eine Brücke, ein Wasserchen. 5 Fahrtregler 5 jetzt wieder 4 Achja, das Spiel ist so was von alt und trotzdem ist es noch so gut intakt, dass es auf einem 7 läuft Windows 7 und außerdem die Autos fahren da von alleine und Oh Das sollte irgendwie ausgeschildert sein, oder? Naja War was? Ich hab nichts gesehen ProTrain Perfect Überhaupt nicht Schleichwerger Nein, gar keine Schleichwerger Nein, im Ernst, das ist keine Schleichwerger Weil das ist ProTrain Perfect Und warum soll die ProTrain Perfect ProTrain Perfect Eeeh Hier ist das Ende Ich hätte doch vorher stoppen sollen Ja Brav, aber wir sind doch durch das Holzding da durchgefahren Sonst Brennung Sonst Brennung Im ersten Teil sind alle tot Nur helfen ziehen The red signal And engine player So, ja Gut Na toll Ach Ist aus Na ja, gut Mir ja egal Nehmen wir das mal Den Magnif da Ja Du 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 Du